Und damit wollen wir uns erst mal dem Rathausplatz widmen? Ich weiß es gar nicht. Haben wir ein Kreditbüro? Ne, wir gehen erst mal zum Rathausplatz. Ich weiß gar nicht, ob wir hier schon was machen können, aber zumindest können wir bei einem Missgeschick zuschauen. Das dürfte jetzt schon kommen. So, sprechen wir doch mal mit den Herren hier. Hallo Jungs, könnt ihr nicht mal etwas Fröhlicheres vortragen? Vielleicht sind die stumm. Ich denke, ich werde eine Minute zuschauen. Ja, eine wunderschöne Tanzperformance. Ich habe keine Ahnung, was das für welche sind und was genau die da eigentlich tun. Aber ist auch egal. Denn jetzt ist es vorbei. Das war's dann. Wie sollen wir nun weiter üben? Wir haben alle unsere Stäbe verbraucht. Tut mir leid, Malcolm. Macht erst mal Pause. Ich versuche derweil einen neuen Stab aufzutreiben. Tja, vielleicht hättet ihr irgendwie anders mit den Stimmen tanzen sollen. Ich habe keine Ahnung. Aber jetzt können wir auch mit den Herren sprechen, denn jetzt sind sie ja nicht mehr so beschäftigt. Sag mal, habt ihr eigentlich nichts Besseres zu tun? Guten Tag, mein Freund. Du kannst dir diese Höflichkeitsfloskeln sparen. Du hast nicht zufällig einen Stab für uns, mein Freund? Nein, habe ich nicht. Und wenn, dann würde ich ihn euch bestimmt nicht geben. Das ist nett von dir. Vielen Dank. Zum Geier kann dich denn überhaupt nichts beleidigen? Bist du so traurig? Auf Wiedersehen, mein Freund. Muss ein Kanadier sein. Ich habe keine Geduld mit traurigen Tänzern. Ja, nee, muss ein Kanadier sein. Bleibt immer höflich und freundlich. Wir können ihm natürlich einen Baseballschläger oder ein Brecheisen geben. Aber erst mal gibt es hier auch nicht viel zu tun. Die Herren brauchen einen neuen Stab. Und auch wenn er das sagt, er macht sich nicht auf dem Weg, einen neuen Stab zu besorgen. Gut, wir schauen mal beim Hafen vorbei. Denn hier können wir schon was tun. Dafür haben wir schon einen Gegenstand. Schauen uns aber natürlich erstmal hier die Krabben an. Weil Krabben so schön sind. Eklige, kleine, gepanzerte Meeresbewohner. Ja, und wir sehen schon, hier hat gerade jemand schon über die Kante gelookt. Da wollen wir nochmal warten, bis die Dame nochmal rausschaut. Und sie dann nochmal ein bisschen betrachten. Sie versteckt sich. Ne, wirklich. Verrückt, wer hätte das gedacht. So, sprechen wir nochmal mit Goldlöckchen. Mal sehen, was sie hier eigentlich treibt. Das ist ein Polizist. Oder etwa nicht? Officer Sexy verhaftet sie auf der Stelle. Mein Name ist Sorcerer. Special Agent Sorcerer. Ich habe noch nie von einem Agent Sorcerer gehört. Für welche Abteilung genau arbeitest du? Äh, für die... keine Ahnung. War nur Spaß. Ich habe dir einen Wehren aufgebunden. Oh, nun, dann lass mich in Ruhe. Für die Abteilung Sexiness natürlich. Okay, ja, wir wollen natürlich wissen, was die Dame hier macht. Ähm... Würdest du mir bitte erklären, was zum Geier hier vorgeht? Wie weiß ich, dass ich dir vertrauen kann? Ich bin Officer Sexy, natürlich kannst du mir vertrauen. Vertrauenswürdigkeit ist mein zweiter Vorname. Okay, ich glaube dir. Was kann ich für dich tun? Interessanter Laufstil. Aber zumindest ist sie schon mal hervorgekommen jetzt. Wer bist du? Mein echter Name ist Maria. Aber man nennt mich nur... Das Goldlöckchen. Das Goldlöckchen? Richtig. Warum versteckst du dich hinter den Kisten? Ich bin auf der Flucht. Sie sind hinter mir her, seit der Sache mit den drei Bären. Ich versuche, mit einem dieser Schiffe zu verschwindeln. Bist du an Hawaii-Wäsche interessiert? Äh, was? Ich bin schwarz. Ich bezweifle es. Dann habe ich kein Interesse. Was sind das denn für Gesprächsoptionen hier? Was war mit dieser Sache bei den drei Bären? Ich bin in ihr Haus eingebrochen. Doch da war eigentlich gar nichts Lohnenswertes zu holen. Also gönnte ich mir wenigstens etwas von ihrem Brei, der in der Küche stand. Danach wurde ich schläfrig und legte mich kurz in ihr Bett. Das nächste, woran ich mich erinnern kann, war ein fürchterliches Geschrei. Glücklicherweise konnte ich entkommen. Ich wusste nicht, dass der alte Bär Chefinspektor bei der hiesigen Polizei ist. Jetzt versuche ich, mich mit einem der Schiffe abzusetzen. Ja, auf die Märchenwelt bleibt Frau Simon nicht verschont. Die drei Bären sind natürlich... Wobei ist das ein Märchen? Nee, das ist bloß eine Kindergeschichte. Aber jedenfalls, die Kindergeschichten bleiben auch nicht verschont. Das wird ja auch gleich noch mitverwustet. Wenn du es so eilig hast zu verschwinden, warum bist du dann auch hier? Ich wollte mich in einer dieser Kisten verstecken. Aber ich kann sie nicht öffnen. Nun sitze ich hier wohl fest. Na, so ein Glück, dass wir ein Brecheisen dabei haben. Vielleicht kann ich dir mit der Kiste helfen. Danke. Ich wäre dir sehr dankbar. Gut. Was machst du hier? Du meinst, du weißt nicht, wer ich bin? Ich bin nicht aus dieser Gegend. Schau her! Gesucht. Das Goldlöckchen. Sie wird des Betrugs, Diebstahls und Widerstandes gegen die Staatsgewalt beschuldigt. Die sind wirklich hinter mir her. Alles nur wegen der Sache mit den drei Bären. Äh, ne, Kriminelle. Gut. Warte hier, ich bin gleich zurück. Ich bin hier, wenn du mich suchst. Ja, wackel mal wieder hinter deine Kiste. Damit hätten wir das erledigt. Ähm, wir müssen natürlich die Kiste aufhebeln. Und da ist das Brecheisen vorzüglichst geeignet für. Womit wir schon mal einer Dame geholfen hätten. Tja, das Goldlöckchen war gar nicht so goldlockig, wie es ausgesehen hat. Äh, wir nehmen die Sachen natürlich mal mit. Eine Perücke, wofür wir auch immer wieder die brauchen, ich weiß es gar nicht mehr. Und auch das aufblasbare Schlauchboot nehmen wir bitte auch. Das können wir noch gebrauchen. Damit ist das schon mal abgearbeitet. Äh, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wofür wir die beiden Sachen brauchen. Ich gucke nur noch mal kurz da drüben. Hier dürfte eigentlich nichts mehr sein. Das sind nur die Krabben. Genau. Dann können wir zu einem anderen äußerst freundlichen Gesellen gehen, den ich auch ziemlich mag. War ja irgendwie, weiß ich nicht, der ist ein bisschen verschroben. Und zwar ist das dieser hier. Bingo Bongo. Sieht schon großartig ausfindig. Er sieht gelangweilt aus. Ach, das ist ein gelangweilter Blick. Na dann. Alles klar, Kumpel? Guten Tag, Bruna. Bist du neu hier? Ich komme gerade aus Kalimari, Mann. Ich suche eine Anstellung in dieser wundervollen Stadt. Mein Name ist Bingo Bongo und ich bin hoch erfreut, eure Bekanntschaft zu machen. Großartig, der Mann. Gut, was haben wir denn da? Wie ist das anstellen? Ich trage einen bescheuerten Hut. Ich komme von der Einwanderungsbehörde und ich bin Organspender. Mein Name ist Simon und ich komme von der Einwanderungsbehörde. Erfreut euch zu treffen, Simon von der Einwanderungsbehörde. In euren Städten sind alle Namen sehr lang. Simon bedeutet Hasenohr, da wo ich herkomme. Und ein Hut wie dieser symbolisiert Verrücktheit. Also bin ich ein verrücktes Hasenohr? Nun, das ist ein Heldennamen in meinem Dorf. Okay, ihr habt seltsame Helden in eurem Dorf. Jetzt soll ich mich wohl geehrt fühlen. Hahaha, das ist gut. Ich wusste gar nicht, dass ihr meine Sprache sprecht. Das muss an der Zeitverschiebung liegen. Hahaha, bist du nur hierher gereist, um mir auf die Nerven zu gehen? Nein, Brunner, ich bin Tanzlehrer. Ich möchte aller Welt meinen Regentanz leeren. Regentanz? Schau her, Brunner. Funktionieren. Erstaunlich. Mit einigen Tänzern könnte ich es über der ganzen Stadt regnen lassen. Und das könnten wir noch gebrauchen später mal. Wer weiß, weiß. Vielleicht wird das noch irgendwie nützlich. Dann würdest du mit dem Verkauf von Regenschirmen ein Riesengeschäft machen. Ich setze meine Tanz zum Wohl der Menschheit ein. Momentan kann im Bauern niemand Regen für ihre Ernte garantieren. Außer wenn ein gallischer Barde anfängt zu singen. Oh, ich glaube, mein Übersetzer hat wieder an meinem Skript rumgepfuscht. Und ich kann nichts dagegen tun, bis ich nicht die Master-Version getestet habe. Simon zu spielen ist eine blöde Rolle. Außerdem ist er immer noch jung. War sowieso ein schlechter Witz. Schande über mich, dass ich meine Tanzgruppe vergessen habe. Hast du denn nicht vielleicht eine für mich? Ich will gerade nicht einstecken, aber ich weiß, wo es eine gibt. So, eine komplette Tanzgruppe zu vergessen. Ähm, morgens mal... Okay, noch können wir das nicht auswählen. Das ist schade. Gar nicht so leicht, eine komplette Tanzgruppe zu vergessen, oder? Ich bin mir sicher, dass ich alles bei mir hatte, als ich das Haus verließ. Wird immer sein. Vielleicht findet ihr ein Ersatz für mich? Null Problemo. Ich treffe mindestens zweimal am Tag auf eine Truppe halbnackter Tänzer. So, halbnackte nicht, aber wir kennen eine Gruppe von Tänzern. Das stimmt schon mal. Und zu der wollen wir uns gleich mal begeben. Ich weiß nicht, ob wir noch irgendwas brauchen. Ob wir den ersten Stäbchen besorgen müssen, oder ob es einfach reicht, die darauf hinzuweisen, dass es da noch andere Möglichkeiten zur tänzerischen Vervollkommnung gibt. Ich könnte mir nichts Langweiligeres vorstellen. Okay, mit ihm können wir zumindest schon mal nicht reden. Hey, ihr Langweiler! Eure Nummer ist noch öder als ein Heino-Konzert. Okay, mehr gibt's ja auch nicht. Gut, dann geht das momentan offenbar noch nicht. Grelles Outfit, Alter! Wenigstens weiß ich jetzt, dass es jemanden in diesem Spiel gibt, der noch schlechter gekleidet ist als ich. Ja, ein Sympath durch und durch, der liebe Simon. Ich würde ja mit Ihnen reden, aber... Diese Volltrottel hören mir einfach nicht zu. Gut, dann machen wir uns mal wieder auf den Weg. Erstmal gibt es hier nichts zu tun. Dann müssen wir wohl doch ein Stäbchen besorgen, erst mal. Und ich unterbreche mal ganz kurz die Aufnahme. Wir sehen uns gleich wieder. Und weiter geht's. So, wir haben jetzt einiges schon abgeklappert hier, vor allem im... Ja, Westen kann man ja nicht sagen. Wir wissen ja nicht, ob wir überhaupt nach Norden ausgerichtet sind. Auf der linken Seite der Stadt, sagen wir mal. Gut, und dann arbeiten wir uns mal vor. Bevor wir zum Kreditbüro gehen, wollen wir erst mal hier hinten hingehen, denn hier gibt es die Drei-Bären-Hütte. So, wir sehen schon, der Herr Polizeiinspektor hat ein bisschen dafür gesorgt, dass hier Sicherheit herrscht im Haus. Und, äh, überraschenderweise wird die Tür natürlich zu sein. All diese Kameras und Schlösser können nur eins bedeuten. Ich muss da irgendwie hinein. Ja, natürlich. Das weckt nur den Instinkt von Simon. Und, äh, ja, wir kommen da auch rein. Wer da wohl gemeint ist... Ja, noch kommen wir nicht rein, aber das wird gleich noch. Ähm, dazu brauchen wir das hier. Und zwar nicht den Briefkasten selbst, sondern die Briefe darin. Und inwiefern die uns weiterhelfen können, erstmal können wir hier ansonsten gar nichts weitermachen. Das werden wir gleich sehen. Da müssen wir nämlich ganz in die Nähe dafür. Nämlich hier hin. Und ist der nicht putzig hier der arme, kleine, traurige Clown. Ein dicker, langweiliger Clown. Der wird später übrigens noch unglaublich nervig werden, weil wir hier dann noch nach unten gehen können. In die, äh, hier. In die Kanalisation. Können wir eigentlich jetzt schon sofort machen, weil wir das Brecheisen dabei haben. Dann können wir den Kanaldeckel aufmachen. Äh, und er wird später nicht mehr ganz so traurig sein. Und dann nervt er unglaublich, wenn man hier vorbeigeht. Aber das werden wir noch sehen. Hallo. Hallo. Dieses Gespräch geht ab wie die Feuerwehr. Möchtest du einen Witz hören? Na klar doch. Klar. Ist der gut? Warum erzähle ich Ihnen hier ja. Ich arbeite gerade an ein paar brandneuen. Okay. Schieß los. Okay. Also, äh... Was ist gelb und hüpft aus der Wiese? Ein Postfrosch. Ja, genau. Ein Postfrosch? Du konntest ihn schon? Ja, natürlich. Er ist doch uralt. Na schön. Ich weiß noch einen. Wie viele Spieler hat das Intel Fußballteam? Das was? Ich hab's gerade gar nicht ganz so stark... Ach, Intel Fußballteam. Wahrscheinlich ist es nicht loskompatibel. Gar keine. Da es nicht voll DOS-kompatibel wäre. 10,9997. Ah ja. 10,9997? Äh, Applaus? Wir haben es mit Ihrem neuesten Prozessor ausgerechnet. 10,9997. Verstehst du nicht? Nein. Hoffentlich nimmt uns diesen Witz niemand übel. Warte, kennst du die Geschichte mit der Butter? Äh, nein, ich glaube nicht. Erzähl sie mir. Besser nicht. Du könntest sie verbreiten. Pfff. Ja. Oh, ich kann nicht glauben, dass ich auf den Rhein gefallen bin. Nun, was denkst du? Du hast ein riesen Problem, Kumpel. Diese Witze sind noch älter als die von Otto. Oh, man hängt nicht. Ich bin sowieso, glaub ich. Nimm's leicht. Bleib unerreicht. Man kann im Leben nicht nur gewinnen. Okay, äh, ja, ich find auch schön, dass wirklich, äh, für die damalige Zeit des 90ern entstanden, Ende der 90er, äh, dass da so viele Anspielungen auch für den deutschen Raum da mit reingebracht wurden. Also die Lokalisierung war gar nicht mal so schlecht für das Spiel. Müsste ja eigentlich, weiß ich nicht, ob's britisch oder amerikanisch ist, wahrscheinlich eher amerikanisch. So, äh, Quatsch, nicht nehmen, das will ich gar nicht machen. Benutze. Wir wollen erstmal hier kurz mit dem Brecheisen den Kanaldeckel aufmachen. Warum, ist jetzt noch nicht klar, weiß ich auch noch nicht, aber werden wir noch später gebrauchen können. Hauptsache der Durchgang ist erstmal frei.